Ich kann doch einfach nichts sagen. Ist gar kein Problem. Mich stört's nicht. Nein, aber im Prinzip muss ich sagen, Odyssey ist wirklich ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Also, sie haben vieles besser gemacht, aber ich vermisse es in der Stadt zu sein, in wirklich so eine richtige fette Stadt, wo mit viel Hochhäusern etc. Ich brauche gar nicht so viel großes Land etc. Das brauche ich gar nicht. Ich brauche einfach nur eine geile Geschichte. Allein schon so wie bei Odyssey. Sie haben sich definitiv um einiges verbessert, das ist wie bei Origins. Obwohl Origins auch interessant gemacht ist. Es ist einfach nur ein Schippe draufgeklickt mit den Dialoge. Die Dialoge müssen im nächsten Teil dabei sein. Müssen. Aber was ich schon erfahren habe ist, wie groß der nächste Teil vielleicht sein soll. oder Vikings oder Valhalla oder wie auch immer das heißen soll. Ist ja scheißegal. Aber wenn das noch größer ist etc. sind wir nicht besser. Aber tut mir das ganze, die ganze Welt tut mir weh. Weil ich im Prinzip einfach nur von A nach B wieder reite, ein bisschen angefuckt bin. Oder beziehungsweise die Let's Plays, die nicht so gut sind, wie einfach bei einer Charted etc. Weil einfach immer irgendwie Action am Start ist. Und da reitest du halt wirklich. Nicht einmal der Witcher, oder? Der Witcher ist genial. Die nebenen Quests sind genial. Die sind einfach abwechslungsreich bis zum Gehtnehmer. Ich würde sogar sagen, schon fast, dass ich der Witcher mehr feier als wie Assassin's Creed habe. Obwohl ich mit Assassin's Creed aufgewachsen bin. Würde ich sogar schon fast Hand ins Feuer legen. Weil die haben was erschaffen. Das ist ja der Kranke. Allein schon die Abwechslung an Missionen. Und dann schaffen sie es bei sowas nicht. Die haben so viel Freiraum. So viel Freiraum. Sie können so viele Geschichten erzählen. Sicher nach dem 20. Teil weißt du auch nicht mehr was du schreibst. Aber das ist ja nicht so, wie wir jedes Mal das gleiche Entwickler-Team tragen. Wirklich. Ich hoffe, dass der... Ich habe aber leider die Befürchtung, dass der nächste Teil noch größer sein wird. Sehr groß sein wird. Er wird explodieren. Der nächste Teil von der Größe her. Habe ich so das Gefühl. Es wird hoffentlich die Dialoge geben. Das hoffe ich auch sehr stark. Das hoffe ich auch wirklich sehr stark. Also die Dialoge müssen dabei sein. Schiffsfahrten? Ja. Ja, wieso nicht? Muss ich aber jetzt auch nicht mehr so wirklich. Ist kein Muss. Aber wenn es um die Wikinger geht, dann... Ja, also da brauchen wir... Da können wir nicht drüber reden. Ich will unbedingt wieder die versteckte Klinge haben. Unbedingt. Das ist Pflicht in dem Game. Das ist sowas von Pflicht. Meiner Meinung nach. Das muss drin sein. Das muss drin sein. Weil für mich ist... Für mich ist kein Assassin's Creed ohne eine Klinge. Das hat für mich dann wieder keinen Sinn. Und ich hoffe, dass die die... Zum Beispiel sowas wie der Mutter-Story nicht wieder strecken. Die Mutter-Story, das war ja eine Frechheit. Die haben das gestreckt bis zum Tod, Alter. Das ist wie... Wer hätte ich... Die langweiligste Staffel von der... Nein. Sag mal einfach... Wie hätte ich einfach... Äh... Mit der vierten Staffel begonnen. Mit der ersten quasi. Dass es so quasi austauscht worden ist. Wenn die vierte... Die erste wäre... Die fünfte. Die fünfte. Die fünfte zieht sich so stark wie ein Kaugummi. Weil dann so fühlt sich das an, Alter. Das ist einfach nur so... Bleib am Ball. Du willst die Geschichte wissen. Mit der Mutter macht 20 Missionen. Oder 50 Missionen. Aber währenddessen. Bis du es irgendwann einmal gefunden hast. Und dann hast du jetzt recht noch... Bissl was Geiles. Bissl eine Story, dies, jenes, etc. Den übelsten Shit kennen. Du kannst es wieder so durchstrecken. Nur weil du dein scheiß verficktes Haus haben willst. Sei mir nicht böse. Aber dieses Dreckshaus... Haben wir genug Geld. Da war genug Geld für irgendeinen anderen Scheiß. Das... Das Haus muss nicht sein. Ganz ehrlich gesagt. Meiner Meinung nach. Ich glaube das Haus muss nicht sein. Und dann tun sie es wieder so damit strechen. Was, das ist wirklich... Wir können nicht sein. Nein. Oder weil es auf der Seite geht. Aber das ist nicht so... Wie was... einfach gesagt hat wenn man irgendwelche kollegen fertig machen können dann machen wir halt einfach die kollegen fertig mehrmals ja wer mal der erste tipp wer mal ja wer mal das erste was wir zu tun haben machen wir diese messer machen wir mal alle und herum fertig und dann wenn man sie sehen wir können ja mal alle haben dran das ist ja nicht so wir würden wir das ja nicht schaffen vielleicht nur den ganz starken mitzimmern wird vielleicht ein bisschen problematisch aber genau das werden wir auch hinkriegen das werden wir auch schaffen oh der ist ein bisschen doch weiter weg beziehungsweise vielleicht haben wir einen und er merkt nichts ja kann kann gut kann aber auch schlechtes werden bewegen tut sie mir niemand das ist mir ein sehr gutes zeichen wenn sie keiner bewegt ist das ist mir ein sehr sehr gutes zeichen ja perfekt perfekt start schatz und was kriegen wir schönes welche flunker ich hab mehr von er gekriegt als wie da in der kisten und du sollst nicht sauer werden und du sollst nicht sauer werden ach du scheiße ja ok passt ihr seht mich dann eh nicht ja dann ist dann ist alles gut dann ist alles gut wenn ihr mich nicht seht dann mach ich mal alle fertig wo man sich die ganzen schätze alles drum und dran tun wir vielleicht das ein oder andere auch noch nein 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 das habe ich aber jetzt gesehen der wald von hinten ein ich bin der wald von mir das ist mir ganz schön ich bin der wald von mir noch von mir ich bin der wald von mir der es ist mir ein sehr gutes zeichen jetzt sowieso gesagt habt schauen wir mal schauen wir mal dass man mal die oberen maier machen ja machen wir mal die oberen maier Dann werden wir ihn sehen. Ich scheiße mich gar nicht an, ob da einer raufkommt oder nicht. Nein, es ist ja wurscht. Es ist ja wurscht. Es ist ja wurscht, dass es nicht eh keiner. Oder doch. Geh, keiner mitwegt. Passt perfekt. Zack. Zack. Damit habe ich rechnen müssen. Damit habe ich rechnen müssen. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe es schon gesehen, Alter. Ich habe es schon gesehen, Alter. Jetzt sollte ich mich besser mal beeilen. Jetzt sollte ich mich definitiv beeilen. Oh, wie lieb. Der ist auch noch da am Start. Wieso nimmt er genau den falschen? Er nimmt genau den falschen. Das gibt es ja nicht. Jetzt wird sicher der eine Abschiehörner dazugekommen. Ja, sicher. Da fackelt mich eh schon. Oder auch nicht. Platzpatron, oder wie ist das? Kommt mir grad zuvor. Kommt mir grad mit Platzpatron vor. Kommt mir grad mit Platzpatron vor. Machen wir einmal den da. Oder auch nicht. Kein Problem. Ah, der nächste Wabler kommt da noch dazu. Ja, super. Warte. Warte. Der geht mir ein bissel einmal zu. Der geht mir jetzt aber ordentlich am Arsch. Hat es ja immer besser! Warte. Kommt mir hin. Warte. Warte. Mach mal ein mal. Aber ich hebe die besser auf, ich hebe die besser auf. Zumindest für den Anfang, zumindest für den Anfang. Weil ich weiß nicht ob ich da vielleicht noch irgendwie, ja genau. Na super, jetzt kommen dann auch noch welche dazu, na ganz gescheit. Was ja doch so einfach war. Immerhin, fast haben wir ihn. Ein bisschen, ein bisschen fehlt uns doch, ein bisschen, immerhin. So lange nicht nur einer von denen da herkommt, ist alles in Ordnung. Ja. Problem ist, dass wirklich einer da herkommt. Passt. Perfekt. Nee, 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 das will gar nicht her. Das will gar nicht her. Jetzt können wir einen Arm geben. Perfekt. Uh, der hat uns schön Zeit gegeben. Der hat uns wirklich schön Zeit gegeben. Oh, hoppala. Uiuiuiui. Da will dann aber ordentlich einer. Ja, bang. Bist du namisch? Das ist ja gar keine Chance. Was hat der bitte für eine Stufe? Was haben die überhaupt für eine Stufe, Alter? Was haben die überhaupt für eine Stufe, Alter? Ich hab so das Gefühl, dass da grad irgendein Nächster da herkommt. Oder Fackelträger oder was auch immer. Nein, ist wieder... Ja, ist wieder nur die Fackelpast. Ja, ist alles in Ordnung. Hurle. Tschüss. Alter, der war ja voll easy. Bist du namisch? Ja, voll easy. So, wer will, wer mag. Wer kommt das Nächste? Schadest dir aber noch dazu Schaden ab? Oh fuck. Komm. Heilung. Heilung, 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 Heilung. Passt. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch durchhalten. Jetzt müssen wir nur noch durchhalten wegen der Heilung. wegen der Nächsten Heilung. Ich weiß, irgendwas kommen sollte. Hm. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wenn ich da ausdekommen würde, wäre das perfekt. Ich bin aber ausgewichen. Ich bin aber super auf ausgewichen. Es gibt's ja nicht. Es ist ja nicht. Warte. Jetzt haben wir mal den da. Zack. Da. Jetzt kriegt er mal ein bisschen was ab. Jetzt kriegt jeder mal ein bisschen was ab. Da. Einmal. Zwei mal. wenn wir wieder volles leben jetzt interessiert mich ja wieder nicht ob ich tropfen werde oder das gibt es ja nicht oder lasst mich jetzt endlich mal kurz in ruhe das ist ja nicht normal so ist mal das ist ja nicht mehr normal wie viele das haben das ist nicht mehr normal sogar ein 51er hallo 51 oder ich werde sowas vermeiden das weiß ich jetzt schon nur mal sicher nur mal sicher ist besser mit einer weniger punkte sammeln ja ich habe mich so tapfer gewährt ich habe mich so gut zu gewehrt in dem Scheißdreck, weil immer wieder irgendein neiger Hurensohn dazukommen muss. So ein Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Passt, Leute. Hurensohn. Muss ich mal was trinken. Voll verdurst. Na gut. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Jetzt werden alle schön brav wieder dort sein. Jetzt kann ich wieder schön brav alle Meier machen. Ich glaube, ich scheiß drauf, wo ich gleich ein Bärmeine. Ja, gib mir gleich Bärmeine. Sonst hat sie uns gar nicht gesehen. Die ganze Zeit. Dann machen wir wieder wie Meier. Dann kann ich wieder auf die Quarten schauen. Dann wieder Kopfgeld zahlen, etc. Oder es kommen wieder hunderttausend verbrunzte Gegner daher. Das ist ja ein Witz. Selbst ich glaube, ich könnte da aufklettern. Also, tu nicht so. Tu nicht so. So, wo haben wir unser Ziel? Was haben wir über... Was haben wir noch richtig? Warte kurz. Warte kurz. Das ist jetzt wohl nicht der Scheiße ernst. Das ist jetzt nicht der Scheiße ernst. Passt, Leute. Bisschen salzig, halt. Bisschen salzig. Leute, damit würde ich sagen. Hört rein. Bis zur nächsten Folge. Alter, wenigstens bis zur Hälfte. Seien wir nicht böse. Aber bis dort. Wir sind da angekommen. Wir haben da sicher Minimum zweimal ein Checkpoint gehabt. Minimum zweimal haben wir ein Checkpoint gehabt. Aber nein, das ist... Witz. Wie gern Witz. Baa. Puh. Warte. Damit würde ich sagen. Hört rein. Bis zur nächsten Folge, wenn es überhaupt einen gibt. Na. Ich will es unbedingt durchspielen. Bevor wenigstens der nächste Teil kommt. Haha. Da wo ich. Ich würde sagen. Vielleicht tue ich auch einfach nur einmal die Gebiete erobern. Kann auch alles möglich sein. Ich sag es einmal nur so, wie es ist. Kann auch sein, dass ich einfach die Gebiete dann erobern werde. Mal ohne Let's Play. Also ich werde definitiv das, das, das. Also die ganzen Stickern da. Die ganz großen Stickern. Die auf der Insel lasse ich. Die, was da so am Rand sind. Die lasse ich. Die lasse ich. Die lasse ich dann vor später. Weil die kann man ruhig Let's Playen. Und das lasse ich, das lasse ich auch. Das kann man auch noch Let's Playen. Aber man muss jetzt da nicht jetzt auch noch 100.000 Gebiete dann auch noch weiter Let's Playen. Weil ich glaube, es wäre vielleicht so ein Toch vielleicht eher gescheiter, wenn man noch den, die unentdeckten Orte vielleicht dann auch noch zusätzlich hat. Da wird auch ein bisschen mehr gespeichert, sagen wir es auch so. Aber trotzdem, das ist, das ist, das ist eine Freche. Das ist wirklich eine Freche. Leute, damit würde ich sagen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.